Mit dem Forum Schulleitung wollen wir Schulleiter bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe, Schule zu entwickeln, unterstützen. Wir haben als Thema den digitalen Wandel gestalten. Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran und wir haben jetzt die Aufgabe, mithilfe unserer Lehrerinnen und Lehrer die Kinder, die Jugendlichen auf das vorzubereiten, was sie im späteren Leben erwartet. Gerade im digitalen Kontext müssen Schulen sich Gedanken darüber machen, wo sie hinwollen, wo sie in Zukunft stehen wollen. Achtsam, sinnstiftend und mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler unsere Zukunft. Diese Veranstaltung war für mich ein voller Erfolg. Weil wir vor allem ernst genommen werden, weil unsere Meinung wirklich wichtig ist. Diese offene Atmosphäre heute war etwas ganz Neues. Es ist einfach total locker. Wir können einfach so sein, wie wir auch sind. Da keine festgefahrenen Konzepte, wie man das sonst so kennt. Und ich denke, darin zeigt sich auch Digitalisierung aus, dass wir nicht mehr in geschlossene Systeme denken, sondern alles viel offener und viel lebendiger gestalten. Und deswegen fand ich diese Veranstaltung heute durchaus gelungen. Und ich denke, dass wir nicht mehr in geschlossene Systeme sehen, wie wir nicht mehr in geschlossene Systeme sehen,